Beeil dich, Blossom! Eigentlich heißt es Miss-Präsidentin. 7.30 Uhr! Nein! Nein, nein, nein! Nimm das! Buttercup, wach auf! Wir kommen zu spät zur Schule! 113 aufeinanderfolgende Tage, durchgängige Anwesenheit, vorzeitige Aufnahme auf meiner bevorzugten Uni. Alles zunichte gemacht von einem topmodernen Wecker! Das darf nicht wahr sein, Buttercup! Das lass ich nicht zu! Bubbles, steh auf! Schau mal, Octi! Die Mäuse da drüben tanzen Kon-Kon! Bubbles, bitte! Mach das nochmal! Und ich mach dich fertig! Noch hat Miss Keen die Anwesenheit nicht überprüft! Die Zeit läuft! Ah, mal wieder ein köstliches Essen, zubereitet von... Danke fürs Frühstück, Professor! Ich liebe Sie! Was ist das Problem, Bürger? Mein Drachen hängt da im Baum! Und meine Katze hängt im Drachen! Ja, bitte! Hilfe! Was ist los? Ich komm nicht über die Straße! Sir, ich werde sie tragen müssen! Ich kann alleine laufen, danke! Aber... Danke! Okay, gut gelaufen! Auf Wiedersehen! Aure Blasame! Kontistole! Oh, danke! Ich werde es schaffen! Ah! Meine Hausaufgaben! Ja, ja! Ich hab's geschafft! Oh ja! Hä? Es ist Samstag, nicht wahr? Eigentlich Sonntag! Das hast du gestern auch schon gemacht! Langsam glaube ich, du hast ein Problem! Ich geh zurück ins Bett! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ja! Ich bin Angst,brochen! Ich bin Angst, den 3, 4,5' geht! Und ich bin Angst, michigkeit. Du bist Gott, verwandelt! Ich bin Angst, Sie selbstll. Ich bin Angst. Vielen Dank.